Ich mache hier schnell das Pack Opening für zwischendurch. 5 Bravo Packs. Schmutz. Was ist denn für den Back? Oh Lila. Lecker Eis. Komm. Lecker Eis für Kapkan. Für Kapkan und Asami. Oh Gott, ja. Für die Waffe von Kapkan und Asami. Bist du gebrochen? Digga, jetzt krieg ich 3 mal hintereinander grün. Das war es dann auch schon wieder. Ach, jetzt geht es aber auch richtig wieder los hier. Ja, ein Safe Oven. Ja, die sind oben. Digga, ich glaube die sind verschwitzt. Die haben hier irgendwie eine ganz wilde Taktik. Die haben eben irgendeine Ecke aufgeschossen, wo gleich eine Granate durchfliegt. Ich merke das. Und wir haben den jetzt hier, Klepp-Dings, dieser... Mordzimmer. Ja. Ah, der, ich saß gerade rücken. Ach, der, scheiße. Irgendwo ist, da fliegt gleich eine Granate. Ich merke das. Die haben da so einen Hotspot aufgemacht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Hotspot. Ich musste, vorgestern oder so war das, habe ich 4 Stunden YouTube geschaut auf Hotspot-Basis, weil Vodafone einfach nicht existiert hat, wie gerade immer. Oh, da habe ich was gesehen. Da hat er noch aufgemacht. Oh, ich geh mal hier. Warte mal hier, legt man da hoch. Was ist das? Digga, warum habe ich denn einen Claymore? Hat A's mit Granaten? Haben die das geändert? Geh, kein Plan. Das hatte so einen Safecan heute. Ah, chillet, Digga. Habt Hunde, habt Hunde. Nice. Da läuft noch eine rum. Äh, ja, I see, I see. Dog ist auch noch im Nebenraum. Scheiße, der wird aber geheilt. Den kriege ich nicht. Was ist keine Granaten? Oh mein Gott, Digga. Alter. Digga, was mit ihm denn? Lief da einfach. Digga, die loben da einfach. Die checken irgendwie gar nichts. Die rein, nichts. Habe ein. Oh, Bruder, ich habe auch einen so One-Shot geschossen. Ich hängel mich da mal ab. Ah, ich muss den Dachladen. Der ist aber One-Shot. Ist der noch da in diesem Nebenraum rechts? Er hat markiert. Zwei sind da, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich reingehen soll. Wir müssen 30 Sekunden oder noch? Ja, oder? Von hinten, von hinten. Digga, was? Er hat mich auch. Er hat mir absolut gottlosen Headshot gedreht. Ich, Digga. Einfach unten langgegangen. Von der Pinke. Digga, was hat der was? Du erzählst, dass er mich geholt hat. Alter, der jetzt reingeht. Ah, mein Digga. Wie schnell ging denn die Runde? Als ob wir drei Minuten auf dem Dach gehen. Hallo. Die Runde hätten wir gewinnen müssen. Ah, die gehen offensiv raus anscheinend. Guck. Ah! Diese Lücke meinte ich. Damn. Das ist so ein Profi. Wo ist denn dieser Treppe? Ich verstehe es nicht. Egal, es ist nicht. 10 Sekunden zu gehen. Be advised, your drone has located a bomb. Ehrlich im Keller. Digga, ich bin im falschen Gebäude. Oh Gott. Ah, ich hab... Ich hab reingeschissen. Ich wollte jemand anderen nehmen. Hier ist einer. Ich hab ihn markiert. Der ist die Treppe runter gegangen. Wo ist er denn? Ach, wo ist er hinten? Ich hab die Kamera ausgeguckt. Dieser Zexter, ey. Der will's schon wieder wissen. Der pusht anders. Was? So ein Pushy. Digga, was? Dieser Momo. Ey, der holt mich immer. Der ist überhaupt übel zumindest, ey. Perfekt, Digga. Ah, chillig, Digga. Der drückt dir so einen Headshot. Pass mal auf. Anders. War er markiert? Puls? Digga, es hat auch... Tausendmal anschließbar. Die gehen weg. Perfekt, Digga. Stark. Stark. Nice, du hast es, Digga. Carly. Du hast es, ey. Der Sniper unten im Keller. Du hast es. Du hast es. Moxie, ja. Die sind unten nochmal. Gehst du mit mir hier oben rein? Mach ich. Wir müssen aufpassen, hier... Hast du auf ein Fenster hier rechts geschossen? Das ist kaputt irgendwie. Bist zu leise, ich kann dich nicht hören. Oh, Digga. Oh, Digga. Was war das denn, Alter? Feuerwerk auf einmal, gefühlt. Hier ist eine Rechtsimmung. Ja, ja. Ich klinge durch. Weiß ich mehr. Ey, den brauchen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Wir brauchen die Camps. Moxie. Hallo, du rein? Ach, hier geht's auch noch hin. Ich klingel nochmal durch. Komm mal zu mir hier rüber. Ich bin direkt bei... Ah, warte. Digga, das kann doch nicht sein. Mach hier nochmal einen hin. Mal warten, erstmal warten. Oh, was? Oh mein Gott, Digga. Ah, wir stehen nach vorne, Alter. Er hat drei rasiert, Digga. Er hat uns drei rasiert. Eimer stand da vor mir, Digga. Ah, das wird was. Das wird was. Das wird was. Ah, meinte, ja. Ich glaube, alle an ihm vorbei. Ah, chill, Digga. Hat dieser Boom auch so verschwitzt, Digga. Auf dem Dach. Die sind wie bei uns. Digga. Oh. Ach nee, die sind auf diesem Nebendach. Mich hittet eine Granate. Lass mich mal rein hier schnell. Komm. Guck, ihr habt so die Scheiße am Dampfen. Rechts neben uns ist einer. Ich hab den nur gelb markiert. Ich hab den nur gelb markiert. Ich hab den nur gelb markiert. Ich seh ihn nicht mehr auf der Kerne. Habe ein. Fuck. Ist hier oben drin? Oder wo ist er? Ja, genau gegenüber. Ja, wahrscheinlich hier. Fuck. Okay, weh, das wird hier gut. Digga, der ist direkt hier an der Tür. Dack. Der lag doch. Der hat sie hingelegt. Ich glaub der ist gestorben. Oh, ich hätt chillen sollen. Mann. Das war so dumm von mir. Oh nein. Oh, ich bin nur noch 10 Jahre alt. Ach, Mann. die sind da links 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 zwei stück links noch einer links noch einer links gleich nein, ich muss da hin, dann! hä? 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 Digga, das habe ich... Was war das? Das habe ich nicht gepackt jetzt. Digga, du musstest zweimal nachladen irgendwie. Also das habe ich ja jetzt gar nicht gepackt. Also da muss ich ja jetzt... Das habe ich jetzt nicht gepackt. Ich war gefühlt 2000 Mal auf dem drauf, Alter. Und dann dieses Gemessere, hä? Ich habe es nicht gepackt. Wie? Ich check's nicht.